einen herrenlosen hund und eine katze und ich weiß jetzt gerade nicht wie wir die situation hier umgehen können ja toll und eine rolle habe ich auch noch zurück zurück was machen wir denn jetzt ich glaube das ist auch noch ein alter hund ich weiß auch nicht so warte ich jetzt hier noch jemand auftaucht oder ja toll ich versuche dem ganzen so aus dem weg zu gehen ich will nicht an dem hund vorbei was machen wir denn jetzt rief? komm mal ran hier wir versuchen das mal so zu umgehen dass ich hier lang gehe rief komm ran komm ran so dass wir hier einen bogen um den hund machen so ist er fein ne schön da bleiben wo du bist kollege